Oben rechts auf Europa stellen. Du bist jetzt auf den amerikanischen Servern. Kannst du mir einstellen wahrscheinlich oder was? Nö, gehst einfach raus aus dem Game, dann hast du ja der Glyph-Bild, wo du ein Spiel gestartet hast. Und oben rechts in der Ecke steht Nordamerika. Da musst du auf Europa stehen. Da. Ah, jetzt hab ich schon wieder noch. Gefliegt jetzt? Ja, ich geh jetzt erst mal auf die Team machen. Bei der Scheiße. Wir haben jetzt auch schon eine Weile so. Hey, ich hab auch schon wieder ein Spiel gestartet. Ah, ich hab sie. Warte, hast du? Wo ist die denn? La Bomba. Und ich kletter bis der Gast oben hin. Ich glaube, er hackt. Wo war die denn jetzt? Boah, er ist ja ganz gut. Piep, piep. Hallo. Bitte was? Wo war die denn jetzt? Unten. Unten. Wie kommt man denn da hin? Und da auf andern Seite. Genau. Dann lassen wir mal laden. Den Dingen, ey. Das stimmt doch. Von vorne bis hinten nicht. Er hat das Triebisch. Und auch gerade irgendwie was nicht. Also, ich werde da jetzt auch schon mal reingehen. Einfach mal so zum Fun. Vor Fun. Ich bin zu weit. Ich wollte ja da unten raus. Beauty. Ja, und jetzt wieder zurück zu dem Typen dahin. 104 Minuten habe ich das schon gespielt. Wow. Was ist denn mit dem Stream jetzt wieder los hier? 200 bis 500 Euro. Wat? Jetzt ist er auf Platz 350 in der Weltrangliste. Irgendwo da so um den Dreh. Ja, weil manche Leute dicke Eier haben müssen. Ja, weil die gehen dann einmal ins Spiel. Ja, der packt sie um. Geht ein zweites Mal rein. Und dann sitzt sie wieder ganz unten in der Niste. Ja, das raffen diese retallierten Idioten aber nicht. Geben dafür Geld aus. Es gibt solche Leute. Echt. Gibt's haufenweise von. Ja, das ist so. Die müssen immer erst die Drehsäten machen. Die haben ja noch dicke Eier, kommen da rein. Aber eigentlich gar kein Problem. Ja, auch eine schöne Map, die überhaupt nicht so funktioniert. Jetzt geht's weiter oder nicht? Keine Ahnung. Nee, eben ist mit. Oh, okay. Oh, oh. Wer findet seine Blumen immer noch doll? Blumen? Ja, ohne schöne Map. Das Spiel von. Ich habe den Hund geschlagen. Das geht. Blumen, ja, Blumen. Ich will das Segment Cracken gehen. In der Art. Also von Lukas' Art, ne? War richtig cool. Ja. Ja, da war ein Spiel. Ich will das Spiel. Macht immer noch nix. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ja, irgendwie kann, äh, ziemlich klein, die Server oben nicht umstellen. Da steht immer noch in Nordamerika und dann ist grau hinterlegt. Er muss bei den Ami spielen. Ähm. Ja, aber ich meine, das ist wahrscheinlich recht ausgelastet, äh. Nach der Installiererei und Turmerei. Also irgendwas ist da echt für ein Arsch, ne? Oder vielleicht sollten wir echt mal die zusätzlichen Speicher rausnehmen, Fini. Hab ich schon. Hast du schon. Warte mal, man könnte doch hier durchgehen. Vielleicht kann ich halt die Tür aufmachen vorne. Ähm, Kain. Yes. Wie kann ich denn eintreten und zu dir rüberhopsen? Geht das irgendwie? Äh, ja, mach dir doch einen neuen. Ich bin doch euer Europa. Ich kann doch gar mal Level 3 oder so. Also wie gesagt, dann mach dir doch einen neuen. Wie nochmal einen neuen machen. Warum? Ja, weil ich hier direkt an den Anfang warten kann. Ja, dann kann ich den nächsten Flügeln. Ich muss mal einmal stärker. Na komm, warte, äh. Ich werde schon direkt angegriffen. Ja, dann gehe ich mal, äh, viel verlassen. Mach ich mal einen neuen. Jetzt. Ja, ich hab ja mal ein Tor aufgemacht. Mach's auch mal einen neuen. Auf dem Server hier. Ja, 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 ja. Wirst du bei mir krank hier oben, ja? Komm, steil. Europa, komm, bitte. Ui. Ui. Und da hat nochmal Leute, die Scheiße da. Ganz ruhig. Ja, mehr ich ja doch gar nicht. Ja, der ist ja viel, wie lange zu erwarten. Viel zu viel, wie lange zu erwarten. Ach, der ist downloadet noch. So. Ja. So, ja, äh. Kann hier keinen neuen mehr quälen. Ich will auch gar keinen neuen mehr quälen. Ich bin doch direkt am Anfang. Du, warte, ja, ne, die sind aber auf einem anderen Server, du Scherzkex. Ja. 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 Du bist ein bisschen im Spiel. Die Straße ist hier zu Ende. Ja, oh Herr, der Kaffee. Ja, schöne Map auch. Gut. Dann gehst du unten auf Schad. Warte mal, ähm. Hä? Warte mal, stopp, stopp, Moment. Er ist auf Englisch, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ja, das ist doch normalen Charakter, oder? Ne, warte nicht, ich ja. Du hast ja unten da diese Liste mit Beenden, Löschen. Ja, er lädt jetzt gerade das Hauptmenü. Ich war jetzt doch schon wieder drin. Ich habe einmal zu viel gedrückt anscheinend, weil die Maus, echt der Dreck. Mein ihm ist gestern eine gute Maus verringt. Ja, das war aber jetzt gerade noch nicht aktiv, jetzt blinkt hat. So, jetzt geht's los gleich. Gleich geht's los, Kevin, gleich. Nur noch fünf Minuten. Nur noch zehn, zehn Minuten. Fünf Stunden. So, ich bin jetzt im Menü, jetzt sehe ich meinen alten Char. Ja, da hast du jetzt unten diese Liste mit dem Menü, ne? Char, Char, ja genau. Hör mal, Frage ist, geht der andere, der verloren, ne, ne? Nö. Okay, Char. Äh, ne, geht nix. So. Erstellen, rechts, ganz rechts. Da, ganz rechts hast du Erstellen, da gehst du aber nicht drauf. Okay. Du gehst auf den Button links daneben. Char, ja, okay, da krieg ich dann hier Brucht, Wald, bla 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 und so. Da gehst du auf, äh, Gelidra. Gelidra. Ich hab gehört, da spielen nur die mit den kleinen Pimmeln. Ja, dann kann man besser schnell hier. Ja, ja, das, wie seid der, ne? Sehr stark. Ja, das bist du, bist ein Wächter, ne? Oder ein Skeptiker? Ja, Wächter. Ich bin eigentlich mehr Skeptiker, ne, ne, okay, ich bin nicht mehr Wächter. Na, aber so hässlich. Ja, ich, das stimmt, die sehen echt scheiße aus. So, äh, du warst irgend so ein Heiler-Ding, ne? Ja. Kommt da jetzt ja rein. Ja, dann spiele ich in diesem Ding aber keinen Heiler, das macht ja keinen Sinn, da sollte ich irgendeinen Kämpfer nehmen, oder? Ja. Den muss ich mal verraten. Äh, schau, dann nimm ich mal einen Zwerg, ne? Was? Was? Das ist das Zwerg nicht gut. Pff, ist scheißegal, die, 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 die greifen nicht an, der Penner. Haben, machen, haben keinen Unterschied. Ne, der Zwerg sieht aber scheiße aus. Ich glaube, ich nehme an einen Menschen. Ich habe einen Krieger, einen Magier, einen Kleriker und einen Schurke, ich wollte den Schurke dann nehmen. Genau, ja, Schurke ist roch. Ja, finde ich auch gut, den habe ich auch, glaube ich, bei dem anderen, ne, habe ich nicht, da konnte ich ja nicht rein. Hat vier Bomben. Nachher erst ein extra, den kaufen wir. Ja, den nehme ich jetzt. Sehr herrlich. Ähm, Nachtpiersche, ein Schabitzler, ein Jäger, ein Jäger, ein Jäger ist doch schon geil. Oh, das war ein offensiver Schurke, der hat vier Gefährten beschwört, und ja, das ist doch geil. Jäger war schreit, ja? Oh, was? Wut, was ist das? 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 Hey, keine Elf. Eine Elf habe ich bei den anderen nicht so viel Klamm verlassen. Ja, das ist jetzt Mensch als Jäger. Aaaaaaaaahhh! Er ist ein Jäger. Mensch, der Mensch ist ja Jäger. Aaaaaah! Eieh! Ja, war das gut. Auf jeden Fall hab ich gerade richtig passende Musikdauer an. Ja, natürlich. Oh. Ah, du bist der Haro. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war. Ich drücke doch zwei mal die verfickte Taste. Ja, das gibt's nicht. Ja, da müssen wir hier runter, oder was? Guck dir bei den Graben da unten ran. Ja, da bricht die Erde auf. Oh, guck mal, da bricht der Klotz auseinander. Amerika hat abgedockt. Die meisten Vornamen gibt's bereits, was unglaublich setzt, welche die mir so einfallen. Ich seh schon aus dem Keyboard raus. Ja, die gibt's schon. Ich nehm' ich mal Knüppelkotze. Ja, das war's dann. Mit Crack in the World. So, ich hab sogar einen gefunden. Ja, dann äh, sag ich mal so. Passender Name. So ein Spiel passt. Bis zum nächsten Mal. Weil das war's dann jetzt wohl anscheinend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.